Willkommen zum Seminar mobile Marketing. Hier erfahren Sie alles zu den Seminarinhalten. Die Zahl der geschäftlich und privat genutzten Smartphones und Tablet übersteigt deutlich die von stationären Computern. Mobile Marketing setzt auf Werbung auf genau diesen mobilen Endgeräten, die immer an der Seite des Kunden sind. Informationen, Kundendialog, Service, Verkauf und Handel sind mobil ohne Ortswindung jederzeit verfügbar. Für das Marketing in Unternehmen bedeutet das, Apps und andere mobile Werkzeuge können bisher unerreichte Märkte zugänglich machen. Wir vermitteln Ihnen das nötige Wissen, damit Ihr Unternehmen eine wirksame Mobile Marketing Strategie entwickelt. Sie lernen die Werkzeuge sowohl des Mobile als auch des App Marketing kennen. Im Verlauf des Seminars verstehen Sie die technischen Hintergründe und entwickeln sogar Ihre erste eigene App, um zukünftig selbst mitreden zu können. Nutzen Sie unser Expertenwissen für Ihr Weiterkommen. Buchen Sie Ihr Seminar einfach online unter ifm-business.de oder lassen Sie sich beraten. Wissen bewegt!